Hey Leute, ich muss das Video leider nochmal machen, ich wollte das eigentlich bei Roblox machen, aber dort geht es einfach nur 24 Sekunden, ich hoffe man hört mich jetzt, also, heute kommt das Infovideo, das habe ich euch schon erklärt bei den letzten Streams, dass ich ein Infovideo machen werde am Samstag, ja, übrigens, ich mache auch dieses Video am Samstag und lade es auch am Samstag gerade hoch, ähm, also, jetzt zum Punkt, ich komme mal jetzt zum Punkt, warum das jetzt in den letzten 1-2 Wochen keine Videos kam, erstens, weil ich halt die letztliche Zeit für die Ferien mit meiner Familie verbringen wollte, ich habe in Berlin, also in den Ferien, auch einen Community-Tab gemacht, Post gemacht, so ein frohes neues Jahr und so weiter, ähm, falls ihr das nicht gesehen habt, frag mal Michael, was da stand, frag Michael in den Kommentaren, was da stand, weil Michael hat es gelesen, hat auch angeantwortet, ja, es ist halt ein bisschen blöd, weil ich kann nur für 24 Stunden diese Community-Tabs behalten, ähm, weiß jemand vielleicht, wenn man diese Community-Tabs länger behalten kann, wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde ich gerne wissen, und ja, jetzt aber wieder zurück zu meinem Thema, was ich ansprechen wollte, also, es ist so, ja, ich sehe jetzt wahrscheinlich kein Roblox, sondern einfach nur mein Handy, aber alles darf ich leider auch nicht zeigen, ich kann jetzt wahrscheinlich gerade das hier zeigen, ups, das weiß ich gar nicht, so, ups, also, ähm, Genau, und dann eben später, ein bisschen am Punkt, bin ich später, also, so, ein Jahr später bin ich, also, was fand ich, eine Woche später hatte ich dann, ähm, hatte ich dann Schule wieder, und dann muss ich wieder für Tests lernen, okay, diese Woche hatte ich ein bisschen mehr tatsächlich sogar zum Lernen, aber, ja, ich hab so gedacht, so, ja, ähm, so, ja, ach komm, es ist jetzt, es ist jetzt die letzte Woche und so weiter und so fort, weil, na, in der nächsten Woche bin ich dann auch nicht da, von dem her, dann, so, ich dachte mir, komm, ich mach jetzt halt diese Woche, weil nächste Woche bin ich ja auch nicht da, weil ich ja auch in die Klassen fahre, aber zu dem Thema kommen wir gleich, eben, und ja, dann dachte ich mir, komm, mach ich jetzt halt diese Woche kurz einen Stream und Video-Woche, und letzte Woche hab ich ja auch ein kurzes Video gemacht, aber sonst, ja, genau, ähm, und jetzt zum Thema war, wie lange, wie, also, jetzt, warum, dass ich jetzt keine Videos mehr machen will, also, ich werde so, also, eins, zwei, drei Wochen keine Videos mehr machen, ähm, weil, erstens, ich geh auf Klassenfahrt, und zweitens, ich hab langsam auch ein bisschen die Motivation verloren, so wie das machen, also, ich mach's gerne, aber die Motivation ist halt nicht mehr so richtig da, weil, ich hab halt keine Ahnung, was ich richtig machen werde, wenn jemand vielleicht eine Idee hat, was ich machen will, ich seh, zum Beispiel, dieser Michael hat ja gesagt, ähm, ob man Minecraft streamen kann, sobald ich diesen richtigen Minecraft hab, kann ich auch mal Minecraft-Streams in Zukunft mehr machen, oder als Comeback-Stream mach ich diesen FIFA 23-Stream, wo Max mir vorgeschlagen hat, danke auch dazu, und auch herzlichen Glückwunsch an Samuel The Dog für die 100 Abonnenten, aber jetzt einmal an das Thema, zurück zu unserem Thema, ähm, ja, deshalb, vielleicht kommt auch, aber ich werde in einer Woche wieder zurück sein, ich werde in einer Woche am Montag ein Community-Tab posten, dass ich wieder da bin, und wann jetzt wirklich offiziell wieder der nächste Stream kommt, kommt, und wieder das nächste Video kommt, vielleicht kommt einfach ein Ansonnungsvideo, dass ich jetzt wieder da bin, aber halt nicht mehr so viele Streams und Videos macht, wie vorher. Ich konnte halt in diesen letzten, zwei, vor zwei Wochen, konnte ich ja, oder vor vier, ja, vor zwei, konnte ich ja sehr viele Streams machen, aber da hatte ich auch Ferien, und in der zweiten Woche zwar auch, aber da war ich halt in Berlin, und ja, ich wollte da dann noch die restliche Zeit dann noch verbringen. Ich hoffe, ihr versteht das so. Ach, und übrigens, ich hab an alle, die jetzt fragen, wo gehst du denn eigentlich ins Lager? Ich geh so vermutlich eher auf, ich geh so vermutlich auf, so in die Berge, weil ich geh Skifahren, also ich wohne ja in der Schweiz, da geh ich ins Kanton Wallis, vielleicht kennt ihr das, das ist das mit dem Matterhorn, und ja, aber ich seh den Matterhorn leider nicht, ich seh einen anderen Gletscher, und eine schöne Aussicht haben wir, wenn die Sonne schön, wenn die Sonne scheint, dann haben wir eine richtig schöne Bergkette aus sich, ähm, ja, ich darf, aber ihr könnt ja jetzt sagen, ja, aber Videos machen und Community-Post machen kannst du das nicht, ich darf mein Handy halt nicht mitnehmen, das ist das Ding. Und alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, du Armer, ich bin halt noch in der 60. Klasse, und in der Schweiz ist man in der 60. Klasse noch nicht in der Oberstufe, also ich darf nicht mal mein Handy mit den Schuhen nehmen, also ich darf das schon, muss es aber dann am Lehrer abgeben, und ich darf es nicht mal in der Pause brauchen, richtig, glaube ich zumindest, keine Ahnung, aber ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Info-Video trotzdem gefallen, wir sehen uns dann so in einer Woche am Montag, äh, oder vielleicht, ja, also bei Videos und Streams sehen wir uns so in zwei, drei Wochen eventuell, und beim Community-Tab, so dass generell sehen wir uns in einer Woche. Und ja, das, das war's mit diesem Info-Video, bis zum nächsten Mal. Ciao!